Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales 2. Ich... was wollte ich machen? Ich wollte schauen, ob wir der einen Göttin jetzt da das Instrument geben können. Wups. Irgendwie will ich ihr auch noch den Wunsch erfüllen. Ja. Ich habe keine Zeit, Göttern gefallen zu tun. Remy liegt im Sterben. Oh Mann. Ich habe genug von Göttern. Ich habe genug von... Ich hätte ihr so gern auch den Gefallen getan. Okay, dann gebe ich... Vielleicht der Ivo doch mal das Xylophon, wenn wir es nicht mehr brauchen. Mann, ich wollte ihr doch nur einen Gefallen tun. Im Elfenhain habe ich in geselliger Runde mal ein Lied vorgesungen. Ivos Mutter hat das Gesicht verzogen und ihr Vogel ist gegen eine Wand geflogen. Ivo hat nichts gesagt, aber ich glaube, ihr gefiel es auch nicht. Besser, ich erinnere sie nicht daran. Ich sollte den Ring nur einsetzen, wenn... Ja, ja. Die haben da oben schon, der Müll bleibt. Okay. Ja, wir konnten ja auch nichts mehr dort machen. Wie habt ihr euch denn eigentlich von Grump... Den... Das Amulett hätte ich jetzt gedacht. Hm. Dann wechsle ich mal wieder auf Ivo. Kann ich jetzt vielleicht vorbeikommen? Wenn man von Feinden umgeben ist, kann er... Le... Okay, keine Ahnung, was die Verkleidung soll. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ähm. Und irgendwie... Müssen wir doch an das Ding, sie da von Grump kommen. Okay. Okay. Wir gehen wieder herunter. Gehen noch mehr herunter. Kann ich hier irgendwie mit euch? Nee. Oh. Tja, ich könnte das Pulver ins Feuer streuen. Aber dann? Wie sorge ich dafür, dass ich da rauskomme, wo ich rauskommen will? Vielleicht kann uns der Wilbur weiterhelfen. Pam, 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 pam. Wilbur? Ja? Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Äh. Ähm. Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halt. Ich war da nie. Hast du sie dir nicht gemerkt? Doch, schon. Es waren... Äh. Ich glaube, es war Eule mit dabei. Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Außer es waren Löwe, Eisbär und Raupe. Adler, Maulwurf und Pinguin waren es zumindest nicht. Oder doch? Na schön, ich probiere es aus. Das war erst mal alles. Bis später. Ja, ja, bis dann, Wilbur. Gut. Dann auf, auf. So. Na. Also schön. Etwas Pulver ins Feuer. Und an die richtigen Symbole gedacht. Wir nehmen die Eule. Wie sie sich da drauf stellt, das ist schon witzig. Hui. Das scheinen die richtigen Symbole gewesen zu sein. Wir wurden entdeckt. Pssst. Hallo. Ich will euch nichts tun. Wilbur hat mir von dieser Bibliothek erzählt. Wilbur? Geht es ihm gut? Er war plötzlich verschwunden. Er musste untertauchen. Unheimliche Kräfte haben jetzt in der Schule das Sagen. Das wissen wir. Wir haben durch einen Spalt in der Tür geschaut und diese fürchterliche Frau und ihre Tochter gesehen. Sie sahen nicht wie Intellektuelle aus. Wenn die Van Buren's diese Bibliothek entdecken, müsst ihr euch darauf einstellen, zukünftig mit Wachsmalstiften ausgemalt zu werden. Ja. Keine Sorge. Wir werden das nicht zulassen. Aber dafür muss ich ins Lehrerzimmer. Dann geh. Mut steht am Anfang des Handelns. Glück am Ende. Äh. Warum brennt hier eigentlich ein Feuer? Habt ihr das entzündet? Nein. Das war Wilbur. Aber das muss doch schon Tage her sein. Wir haben uns auch schon gewundert. Wilbur muss ein mächtiger Zauberer sein, wenn von ihm beschworene Feuer so lange brennen. Ein mächtiger Zauber vielleicht. Von Wilbur? Eher nicht. Oh, gemein. Ich war nie eine Freundin davon, tote Tiere an die Wand zu hängen oder auf den Boden zu legen. Ich finde, sie sind im Wald besser aufgehoben. Der Arbeitsplatz eines Buchbinders, wie mir scheint. Ich kann beinahe noch den Duft des Trollrotzes wahrnehmen. So als hätte hier erst vor wenigen Tagen noch jemand gearbeitet. Ja, wer das wohl war. Eine beeindruckende Bibliothek. Kein Wunder, dass das sprechende Medizinbuch von unserer Bibliothek im Elfenhain enttäuscht war. Ähm, genau. Schauen wir uns doch erst mal noch die Bücher an. Es ist eine gute Sache, dass ich die Bibliothek tarnen kann. Aufstände und Revolutionen werden allzu oft von brennenden Büchern begleitet. Ähm, Verzeihung? Wie können wir dir helfen, Freundin des Bücherfreunds? Ich müsste wissen, wie mein Geister band. Wieso? Bist du eine Geisterbeschwörerin? Ähm, nein. Aber wieso müsstest du es dann wissen? Als normale Elfe würde doch niemand von dir erwarten, dass du dich mit solchen Dingen auskennst. Ich meine, ich würde gerne wissen, wie man Geister band. Ah, das ist was anderes. Wir haben gute Grammatikbücher hier. Momentan bin ich nur an Geisterbannung interessiert. Danke. Damit kenne ich mich aus. Hervorragend. Wie kann ich Geister bannen? Oder sagen wir lieber einsperren oder bewegungsunfähig machen? Ich glaube, was du meinst, ist ein Bannkreis. Das ist ein Symbol, das auf dem Boden gemalt wird. Geister können diese Kreise nicht verlassen. Zumindest für eine Zeit. Hm, klingt nicht schlecht. Zeichnet man die Symbole mit Blut oder Salz oder dergleichen? Die meisten Leute nehmen Kreide. Aber wenn das eher dein Ding ist, kannst du es bestimmt auch mit Blut machen. Eigentlich ist es egal, wie das Symbol auf den Boden kommt. Es ist ein Quadrat mit einem Kreis darüber, der genau den gleichen Flächeninhalt haben muss. Im Kreis befindet sich ein rechtwinkliges Dreieck. Klingt wie etwas aus einem Mathematikbuch. Pfe, Mathematik. Hier geht es um Wissenschaft, nicht um Hokuspokus. Hey, das habe ich gehört. Ja, schön. Wie war das mit dem Bannkreis? Ob du es malst in den Staaten? Solange der Geist sich über einem Quadrat mit Kreis und Dreieck befindet, ist er gefangen. Okay. Okay. Danke. Ich muss... Nur zu. Wie heißt es so schön? Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Moment. Sie wandert und wir sitzen. Okay. Gut. Also schön. Ganz vorsichtig. Ach, deswegen mussten wir ihn taub machen. Gut. Er hat nichts bemerkt. Jetzt nur schön leise. Bitte nach Ihnen, Direktor. 4, 60, 9, 41. Einen schönen Abend, Direktor. Madam? So leicht geht das also. Na, meine Kleine? Hat man dich gut behandelt? Ich hole dich hier raus. Ich muss nur noch kurz was anderes erledigen. Ich lasse Butterblume nicht hier zurück. Sie mag eine Schöpfung der kleinen Van Buren sein, aber sie ist mein pinkfarbenes, herzhypogreifen Mädchen. Ui, gibt's hier viel zum Angucken. In dem Kamin wird so schnell kein Feuer mehr brennen. Ob all diese Verwandlungen rückgängig gemacht werden, wenn Wilbur einen Weg findet, den Zauberstab zu zerstören? Ich gebe zu, irgendwann gab es vielleicht mal eine Zeit, in der ich solches Spielzeug spannend gefunden hätte. Aber da war ich erst 80, 90 Jahre alt. Äh, ganz normal. Gut. Jede Menge Papiere, Federkiele. Hm. Das ist interessant. Hier liegen das Siegel und das Siegelband der Ratsvorsitzenden. Damit werden offizielle Gesetze und Verlautbarungen kenntlich gemacht. Das heißt, bis die Ratsvorsitzende dahinter kommt, kann ich so ziemlich jedes neue Gesetz erlassen, das ich will. Also schön. Ein neues Gesetz. Also das Rauchen vertrockneter Blätter aus medizinischem Getrunken ist erlaubt. Finde ich schon mal gut. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist das Rauchen getrockneter Blätter aller Art erlaubt, sofern es medizinischen Gründen dient. Wer den Rauch von kokelnden Pflanzen einatmen will, um danach schlechte Gedichte zu schreiben und dummes Zeug zu reden, der möge das tun. Das ist für Abor, falls er mal in die Stadt kommt. Also schön. Ein neues Gesetz. So sollten Gesetze lauten. Ich würde langsam alt werden. Hm. Vielleicht nicht das bestformulierte Gesetz aller Zeiten, aber egal. Also schön. Äh. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden, ab sofort müssen schwangere Elfen von jedermann mit allergrößtem Respekt behandelt werden. Insbesondere ist es verboten, sie dick zu nennen, sich über sie lustig zu machen oder zu versuchen, sie mit Äxten zu erschlagen. Wer dagegen verstößt, wird aus der Stadt verbannt. Damit ist es Gesetz. Also schön. Ein neues Gesetz. Ja. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja. Ich brauche keinen Grund. Darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter sechs Monaten bestraft. So. Mit Siegel und allem. Neue Gesetze zu erlassen macht Spaß. Aber da sie sowieso nicht umgesetzt werden, sollte ich mich vielleicht doch lieber mit ernsteren Dingen beschäftigen. Na gut. Hm. Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Herzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Egal. Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment. Können Frosche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe Sie heraus. Vor allem, wie gut. Glasfett angekettet, magischer Zauber, whatever. Aber der Deckel nicht. Neue Gesetze. Genial. Ich nehme sie mit raus, sobald ich hier fertig bin. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Nein, leise! Also schön, gehen wir. Ich habe leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. So, dann gehen wir doch mal zum... Nein, wir holen uns erst das Amulett. Eins nach dem anderen. So. Kann ich noch mit euch? Ich lasse dir, Sie müssen. Gut. Ich wollte nur abchecken. So, jetzt komm mal her. Welches Gesetz? Jum, das da. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist ein Verbrecher, Grump. Grump, nicht Verbrecher! Grump stehen hier ganz brav und verkaufen seltsame Dinge. Du trägst ein Medaillon und das ist bei Strafe verboten. Was stehen da? Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter sechs Monaten bestraft. Nein! Grump wollen kein kleines Mädchen mit Zöpfen werden. Müssen fliehen, Sloth. Nun ja, vielleicht kannst du die freundliche Vollzugshelferin bitten, ein Auge zuzudrücken. Wem seine Augen? Was er meint, Grump. Wenn es dir wirklich leid tut und du deinen Fehler einsiehst, dann muss die Tochter der Ratsvorsitzenden vielleicht gar nichts davon erfahren. Tut leid, tut sehr leid, sehr falsch. Ich muss allerdings das Medaillon konfiszieren, damit du nicht in Versuchung gerätst, es heimlich zu tragen. Äh... Konfiszieren, mitnehmen. Oh, klar. Du kleine Mädchen, nichts sagen, ja? Grump wollen bleiben, Grump. Ich werde es für mich behalten. Gut, damit haben wir auch das. Müssen wir nochmal in die Bibliothek eigentlich? Ich schaue mal rein, sicher ist sicher. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube fast nicht. So. Dann quatschen wir mal mit Willibur, beziehungsweise geben ihm schon mal... Wie witzig er ausschaut. Kann ich ihn runtergeben? Willibur? Ja? Ich habe Arzmagier Alistair gerettet. Also, den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Arzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratze abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hm? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Gut. Ich glaube, diese Gesetze braucht er tatsächlich nicht. Äh, das hier. Willibur? Ja? Ich habe hier ein Medaillon für dich. Es zeigt einen Bannkreis. Ist es magisch? Nicht die Spur. Aber es zeigt das Symbol, dass du irgendwie unter dem Geist auf den Boden malen musst, um ihn zu fangen. Hm. Okay, hab's. Danke. Dann wechseln wir mal zu... Achso, nee. Sorry. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ich wüsste nicht, was ich... Okay. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir hier mit Wilbur weitermachen, werde ich die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.